Wir sind jetzt am 19. November 2016 und ich habe ein neues Tarpe fertig. Das wäre Schubert Tarpe 1. Du kannst kurz ein Film reinigen. Das Tarpe aus Baumwolle. Gewicht etwa 180 bis 200 Gramm pro Quadratmeter. Ich habe das Tarpe mit Bürgerschnitt ausgeschafft. Ich sehe hier selbst mit einem dünnen Tarpe-Stängchen. Und mit einem mässigen Zug darauf liegt es oben schon recht gut die Spannung drin. Das Tarpe ist mit jensten Abspannmöglichkeiten zusätzlich ausgerüstet. Tag, 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 tag. Auch unten. Die Abschlüsse sind natürlich auch schön gebögelt. Bogenschnitt drin, damit die Spannung effizient für Stoff greifen kann. Die Beste läuft auch vom Monat zusammen. Wie schon gesagt, es ist nur mässig aufgehängt. Bei den anderen wird es auch mässig. Wenn es hier dran so schön hängt, dann wird es an einer Tipi-Stange recht gut hängen. Die Spezifikation innen. Ich habe hier die Wäscheleiner-Vorrichtungen eingenehmt. Jetzt sind wir hier alles mehr oder besser Hausmänner oder Hausfrauen. Oder ich werde hier ausgelachen. Aber unsere Pfanne wollen ja vielleicht auch mal aufgehängt werden. Dann oben. Dann werde ich ganz klar laschen für unsere Lämpchen. Zwei, drei, vier. Wir sind ja eine leuchtete Gesellschaft. Naja, manchmal auch ein wenig beleuchtet. Jetzt kommt es hier noch. Das ist ein Tarp. Auf den Tipi innen zugeschnitten. Und wird wahrscheinlich im Januar das erste Mal gebraucht werden. Im Schwarzwald. So. Du darfst dich freuen. Du darfst dich freuen. von offen an drauf Mogende schon etwas Mussann sehen. Jetzt відпервых. Dann geht flawst du noch mal beim Was Gemhi. sociais meistens der Anweisung.